Nein, 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 nein. Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Styx, Master of Shadows. Wir haben es letztes Mal hier bis zu dem Mechanismus geschafft, der den Aufzug bedient. Und ich weiß nicht, wie wir es machen. Entweder muss ich den jetzt direkt manuell machen oder ich lasse einen Klon da, der mich dann runterlässt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich lasse jedenfalls Sicherheitshaber einen Klon da. Jetzt läutet die Glocke. Ich schicht wechsel. Alle heim. Nein! Alter, was soll das? Das war jetzt nicht so toll. Ja, aber wie soll ich das dann machen? Was ist das? Was ist das? Tja. Die haben mein Klon jetzt erledigt. Ich muss mich da in der Kiste verstecken. Sagen wir mal. Wer geht da? So geht's nicht. Tja. Was? Leute, nein. Lass mich doch einfach. Komm, ich will hier ins Gefängnis. So. Kein Mucks. Ja. Was nun? Ach jetzt. Schauen wir mal. Also, cell 5 ist nicht in dieser Teil der Präsenz, aber in der High Security-Sektion. Ach, ich habe noch einen Weg zu gehen. Better gehen. Moving. Don't move. I'm coming. Ha ha. The world just got a little less ugly. Fuck. Inquisitors. I must avoid these shitty Spellcasters. Hello Harold. The picking is good this week. Some interesting Trinkets, yes. People have plenty of imagination when it comes to buying a little dignity. When do we share it out? Soon I hope. I have debts to repay. I'll go and see Bohort. But first I'm going to say hello to dear old Bertram. Ha ha ha. Ha ha ha. Aha, der geht jetzt gut. Ich muss da Mechanismus... Was ist denn ein Haken an der Wand? Oder Kreuze? Eigentlich sind es Kreuze. Ja, komm her, komm her, komm her. Ja, du hast heute alleine Schicht. Der eine Typ ist nicht mehr da. Fällt ihm gar nicht auf. Dass der Wachmann fehlt. So, Nummer 2. Runter mit dir. So. Sollen wir da hoch? Oder da? Ich würde sagen, das ist näher. Säle 2 und 3 haben ihre Säle. Kann ich sie außerhalb nehmen? Nein. Geh sie zum Labor. Du wirst. Das ist normale Prozedur. Ja. Und normale Prozedur hat keine Fragen. Also schau sie. Aha. Wenn man die Strafe abgesessen hat hier drin, dann wird man noch als Versuchskaninchen missbraucht, oder wie? Sehr krass. So. Da ist ein Mechanismus. Wenn ich dem Typ auf den Kopf springe. Speichern wir mal. Nicht, dass das nicht geht. Perfekt. Wo ist das? Oh, was ist das? Oh nein. Versteck dich. Ich gehöre zu dieser Statue. Ich seh nicht hin, dann siehst du mich auch nicht, oder wie? Nice. So. Da geht's weiter hoch. Und dann ist da ein Gitter. Oh. Da drüben. Autsch. 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 Das war so nicht geplant. Bist du's? Achso. Also nicht geplant. Okay. du's? Oh. Das war so nicht. Aber, das war so nicht. Ich hab's nicht geplant. Nein, nein. Nein, 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 nein. So. Einmal auf den Kopf. Boah, ich bin nicht verstecken. Ich bin gar nicht hier. Du siehst mich nicht. Du hast sowieso die Kapuze über dem Kopf. Ich kann ja gar nichts sehen. Oh nein. So. Oh, da kommt einer. Schnell verstecken. Schnell, 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 schnell. Versteck dich. Ich bin gar nicht da. Er sieht ja auch gar nichts, oder? Mit seiner Kapuze. Ja. Gut. Ah, so, wir müssen noch weiter hoch. Aber wie? Da, 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 da. So im Kreis. Und dann da, oder wie? Muss doch einfacher auch gehen, oder? Da vielleicht. Ach so, jetzt bin ich aber hier auf der Innenseite. Ja, nochmal schnell speichern. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bohoard, open up. I know you're there. I want my share. And I want it now. Go back yourself. You get your share when I decide that it's time. Oh, da kann ich das Wasser vergiften. Das ist gut. So. Jetzt warten wir ab. Ich hoffe ja, dass der Inquisitor das trinkt. Aber ich glaube, das trinken nur die kleinen Wachen. Ja, der müsste ja seinen Helm abnehmen. Obwohl, der läuft da rum, ne? Komm, trink einen Schluck. Ja, ja, er macht's. Ja. Der eine auch noch vielleicht. Ist egal, du bist schon vergiftet. Da geht gar keiner. Putz hier nicht rein. Alle vergiftet, oder? Perfekt. Perfekt, perfekt. Bringt mir das was, wenn ich die befreie. Oder schlägt die Alarm. Ich weiß immer schnell. Komm, befreien wir die alle. Wenn wir schon mal da sind. Oh, schlägt die Alarm. Oh, schluck. . Oh, schluck. Ist man ja... You meine Güle? ich glaube ich habe die alle getötet jetzt ein cooles gefängnis ist gleich wie bei game of thrones das ist das himmelsgefängnis walls locks latches doors gates haa these humans sure like locking each other up all this is making me nervous stuffy smell when was the last time i breathed some real air it was uh i don't even remember god damn headache ach da unten ist nämlich das muss ich da runterspringen speichern wir noch mal kennen wir ja schon mit den angsthase aktivieren jo das war doch leicht und jetzt die andere seite was macht man hier wenn man kein klo mehr hat ja bisher kunden mit dem klo aber bringt mir nix wo war die münze da war die münze toll jetzt bin ich wieder hier komm ich da rüben da drüben hin alter das heißt ich muss jetzt hier lang oder was alter was bist du der folterdoktor hier ja krass ja also ich bin sprachlos ich meine was mit den leuten machen hier ich würde sagen was da hinten ist das gucken wir uns in der nächsten folge an danke fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst ein abo da oder ein like oder schreibt einen kommentar und wir sehen uns dann in der nächsten folge ja bis dahin gesund bleiben und tschüss